Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt hat nach eigenen Angaben Vorermittlungen gegen den Augsburger Bischof Mixer eingeleitet. Das Augsburger Bistum hatte die Behörde zuvor über Vorwürfe wegen sexuellen Missbrauchs informiert. Das Bistum erklärte, es habe damit in Übereinstimmung mit den Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz gehandelt. Gegen Mixer gibt es nach einem Bericht der Augsburger Allgemeinen den Vorwurf, er habe einen Minderjährigen missbraucht in seiner Zeit als Bischof von Eichstätt. Mixer ließ das durch einen Anwalt zurückweisen.